So, willkommen von den Empfangsgeräten. Ich bin Mongu und Siakon von Infrakta und das ist Operation Kursk, also historisches Gefecht. Und wie ihr seht, ist das Balancing ganz großartig. Los, los, Bewegung! Ja, das werden wir einfach dann trotzdem wieder nicht machen. Das ist schon geil. Panzer 3, Stück 3, Gülsen. Was haben die da drin? Jede Menge 1S und mehrere Su-152. Einfach geil. Eine Su-152 killt die meisten deutschen Panzer vom Spielfeld mit einem Schuss. Und wenn Tiger brauchen sie, glaube ich, zwei Schuss. Das ist geil. Ja, es hat schon seinen Grund, warum kein Mensch historische Gefecht spielen will. Es ist Freitag Nacht. Es sind knapp 170.000 Leute online. Und ich habe gerade eine Dreiviertelstunde warten müssen, bis genug Leute zusammen waren für dieses Gefecht. Und zweimal wurde die Warteschleife geschlossen, weil ich zu lange drüben war. Komm, irgendeiner muss den Front später machen, dann mache ich das halt. Das verlieren wir eh. Also ich habe das noch nie gewonnen. Ich habe das schon ganz oft gespielt. Felix Fuzzi behauptet, er hat das einmal gewonnen. Wir glauben, A, er schummelt oder B, er hatte einfach das Glück und das russische Team bei etwa gehen hin amputiert. Oder AFK. Keine Ahnung. Also ich habe das noch nie für deutscher Seite gewonnen gesehen. Ich habe mal Ardennoffensive ein, zwei Mal gewonnen. Ich habe auch mal, auch tatsächlich auch mal Frühlingserwachen gewonnen. Aber Kursk habe ich nicht einmal gewinnen können. Ja, eigentlich müsste der Dreier ja aufklären. Aber der mit seiner großartigen Kanone will lieber campen. Hat er völlig recht, ja. Er kann ja vernichtende Wirkungen entfielen. Ja, ich habe das noch nie gewonnen. Ja, mit ein bisschen Glück, die drücken sich allschön hinten in die Ecke rum, nicht mal Frontspähe, ich habe ganz gute Spielfähigkeiten. Naja, wenn sie sich ein bisschen doof anstellen, die Hosen, könnte das gleich sogar was werden. Diesmal, jetzt wo die Kamera an ist, die ihr zugucken könnt. Jetzt bin ich gleich aufgeklärt und dann bin ich tot. Ja, jetzt bin ich gleich tot, weil jetzt die Gangs zu 152 auf mich feuern werden. Was, die Schlachtschel haben die auch tatsächlich. Ja, ja, stimmt. Ja, das ist das, was eigentlich immer passiert. Sobald man aufgeklärt ist, gibt es halt dieses geile zu 152 Trommelfeuer und dann ist man eigentlich weg. Ja, und die hocken alle da hinten so dicht getränkt, die werden eh gleich alle platt gemacht. Sobald die nämlich vorher, werden die auch aufgeklärt von dem Churchill und dann war's das. Jetzt können wir zugucken beim Sterben der deutschen Wehrmacht quasi, wieder mal. Ich hatte, dass ich die Zeit nicht schnell erstellen kann, wie bei Strategiespielen oder so. Weil wir könnten trotzdem noch Glück haben. Ich habe ganz gut aufgeklärt, wir haben ein paar killen können oder beschädigen. Und die Russen stellen sich ein bisschen dumm an. Statt dass einer sich mal opfert, mal vorfährt und aufklärt und dann die Su-152 mal nicht reinbrettern können, kommen sie tröpfchenweise und lassen sich aufklären. Könnten wir tatsächlich... Na, mal gucken. Was war's mit dem 3er als Fronspeer? So, jetzt haben sie halt niemanden mehr, der für sie aufklärt. Wenn sie nur noch blind schießen. Das meine ich jetzt. Guck mal, wie spät der Churchill erst entdeckt wurde. Und der hat jetzt natürlich aufgeklärt. Jetzt müssten wir eigentlich gleich das Einschlagen der Granaten da hinten sehen. Ja, also das russische Team spielt ziemlich schlecht. Also da hat Berthex-Fuzzi doch nicht geschummelt. Also manchmal hat man Glück und das russische Team stellt sich einfach beschissen an. In dem Fall halt, die uns halt da irgendwie tröpfchenweise kommen. Und können da jetzt gemütlich weggenommen werden. Oder bleiben oben auf dem Hang stehen, wo sie aufgeklärt werden. Und das ist auch geil. Also das war auch gerade wieder richtig dämlich. Nö, wir könnten das immer noch gewinnen. Die Russen haben niemanden, der für sie aufklärt. Und die stehen alle in der günstigen Position offensichtlich. Und haben scheinbar immer nicht gecheckt, dass die Tiger einfach bloß hinten rumstehen. Der KV-1S scheint der Erste zu sein, der ein bisschen vernünftig spielt. Nee, er wird auch gekillt. Statt hin, das Wrack zu fahren und dadurch ein bisschen Deckung zu gewinnen. Und weiter aufklären zu können, das eigene Team macht oder weiß. Andert vorwärts, rückwärts. Okay. Zack, der ist auch raus. Ja, das ist auch wieder so ein Idiot. Also wie gesagt, das könnte ein Sieg werden. Ich weiß nicht, was das russische Team gemacht hat. Ob ein paar campen wollten, weil sie dachten, die Deutschen will angreifen oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn ich das Spiel bekomme, normalerweise die Sowjets immer in der richtig fetten Stahlboge und machen einfach alles kaputt. Die meisten Fechte waren nicht nur extrem klar vom Ergebnis, sondern waren auch relativ schnell beendet. Das hier geht schon extrem lang eigentlich. Ja, das könnten wir echt gewinnen. Die 4, 152. Ja gut, die Tiger sind jetzt wieder mal stehen geblieben, weil sie denken so, ach ja, Stellungswechsel, das ist was für Anfänge. Wir bleiben in der Hecke, da ist es gerade so schön gemütlich. Wenn man aufgeklärt ist, muss man die Positions verändern. Das verstehen manche Leute nie. So, jetzt opfert sich Hoffnung. Also, ja, ich will ja natürlich auch gewinnen. Aber mich ärgert halt auch, wie man die Sowjets das so verdumm beuteln kann. Also, wie gesagt, ich habe das, ich erlebe das gerade zum ersten Mal. Ich bin ganz fasziniert, wenn ich die Kamera an habe. Ich muss dann denken, in Zukunft immer, wenn ich was spielen will, wo ich sonst verliere, Kamera an und dann gewinne ich das. Naja, warten wir es mal ab. Wie gesagt, wenn die sich normalerweise, wenn die sich total dumm anstellen, war es das für uns. Aber, ja gut, der Tiger, was will der da groß machen? Er muss nur aufgeklärt werden und dann schlagen drei Granaten bei ihm ein. Guck mal, war es das? Naja, also doch, das klassische Ende. Also das, was eigentlich immer passiert. Es hätte mich jetzt auch echt irgendwie verwundert. Okay, dann war es das mit Kursk. Wir sehen uns. Tschöö.